Herzlich willkommen. Ich bin Steffen und begrüße euch zu einer Sonderfolge, diesmal ohne Luis. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, es ist eine Crossover-Folge mit Ayuvo vom Damals-TM-Podcast. Damals-TM ist ein Podcast zu finden unter damals-tm-podcast.de. In diesem Geschichtspodcast unterhält er sich mit anderen Personen über Dinge von damals und wie kam es, sodass es ist, wie es ist. Und in dieser Folge sprechen Ayuvo und ich über Kriminalistik, beginnen Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1920er, 1930er. Sprechen damals über die Ausgangssituation, wie war es so damals, dann über VIPs der Kriminalistik, unter anderem Vidoc, dann über die Bertilunar-Staktuloskopie, also Fingerabdrücke und über Ernst Gennert. Aber genug der Worte, ich übergebe ab an Ayuvo vom Damals-TM-Podcast. Hallo Steffen, herzlich willkommen bei Damals-TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, sodass es ist, wie es ist. Und ich begrüße endlich mal wieder meinen alten Mit-Podcaster Steffen. Wie geht's dir? Hallo Ayuvo, ja. Es ist sehr, sehr warm. Wir nehmen im Hochsommer auf. Im Hochsommer 2021, genau. Ja, über den Äther. Über den Äther, genau, also Remote-Aufnahme, bitte nicht schimpfen. Ich bin ja auch froh, wenn das wieder anders möglich sein wird, aber wir haben ja noch Corona 2 im Juno 2021, denn Podcasts werden ja noch in 100 Jahren gehört. Genau. Und dem Luis geht's auch gut, aber der ist nicht dabei. Genau, nee, das ist jetzt ja hier so eine kleine Kooperation zwischen Damals-TM und V100. Ich präsentiere jetzt hier mit V100 alleine. Luis, der ist im wohlverdienten Kurzurlaub. Aber ich glaube, wir zwei, wir wuppen das heutige Thema auch ganz, ganz gut alleine. Glaube ich auch. Worum soll es denn gehen? Es soll einen kurzen Abriss der Kriminalistik geben. Da könnte man jetzt anfangen im Jahre X vor Christus, aber wir haben uns einen Zeitraum ausgesucht. Und so viktorianisches England fangen so circa im 18. Jahrhundert an und gehen auch nur bis so circa heute vor 100 Jahren. Also wir werden noch, um es vorab zu nehmen, wegzunehmen, uns mit Herrn Scannert beschäftigen. Das war dann so um 1920er, 30er und dann enden wir den Zeitraum auch, weil V100 kann nicht mehr leisten, als 100 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Immerhin, ihr habt so eine Zeitmaschine. Du meinst sicher das 19. Jahrhundert und Queen Victoria war ja ab 1837, habe ich mal gelernt. Also so im Prinzip weichen wir mal ein bisschen vom Üblichen ab auf beiden Seiten, in beiden Podcasts und reden so über die Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Du erwähntest eben schon Ernst Gennert, der erste Chef der Berliner Kriminalpolizei neuzeitlicher Prägung. Den kannte ich auch. Der hatte auch neulich so ein 100-jähriges Jubiläum, sozusagen moderne Berliner Mordkommission. Aber ansonsten hast du dich unheimlich viel beschäftigt mit diesem Thema Kriminalistik. Und ich bin dankbar darauf eingestiegen und werde mal versuchen, dein vieles Wissen über diese Entwicklung hier einzuordnen. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ganz witzig. Mittlerweile sind es, oh, jetzt muss ich kopfrechnen. Nee, es sind drei Jahre. Da fing es an, dass ich mich so für Pen & Paper Rollenspiele interessierte und auch mal eins machen wollte und ich gefragt habe, ja, was gibt es denn da so? Und gesehen habe, oh, es gibt eins, also ein Detektivspiel, da muss man Verbrechen aufklären im viktorianischen England. Und habe dann auch Leute gefunden, die so verrückt waren, das mit mir zu spielen. Luis war auch einer davon. Und ja, ich weiß nicht, ob du mal so Rollenspiele gespielt hast. So Pen & Paper, so richtig, mit so 30-seitigen Würfeln und so. Ja, wir gehen sogar einen Schritt weiter und nehmen den 100-seitigen Würfel. Oh, nein, also nicht wirklich. Ich sage mal so, ich war schon bei so Spieleabenden dabei, wo Leute, die da so richtig eingetaucht waren in diese Szene, zum Teil tagelang diese Spiele spielten. Und ehrlich gesagt, ich hatte noch nie genug Zeit dafür. Also das ist so ähnlich wie mit Zocken am Computer. Ich bin bei Counter-Strike Ende der 90er ausgestiegen, wegen Lebenszeitmangelproblemen. Also tagelang beschäftigen wir uns damit nicht, zumindest nicht ein Stück. Aber das Problem, was sich stellt, ist, also bei anderen Rollenspielen ist das auch üblich. Man kauft sich ein Regelwerk, muss natürlich die Regeln sich durchlesen und anwenden. Aber man muss auch die Welt verstehen, in der man sich da bewegt. Das heißt, in dem Regelwerk, was es zu dem Spiel gibt, man kann es mal benennen, Private Eye nennt es sich, Redaktion Fantastic, gibt es auch einen sehr, sehr umfangreichen Abschnitt über London, über das viktorianische England, über Verbrechensaufklärung, über Mittel. Es werden Waffen auch vorgestellt und wie bestimmte Todesfolgen erklärt werden und aufgefunden werden konnten. Wie überhaupt so das Rechtssystem in der Zeit funktionierte, wie so ein Mord aufgeklärt wurde, welche Leute involviert waren und so weiter. Und das ist sehr, sehr viel Stoff, also umfangreich auf jeden Fall. Und so kam es, wie es kam, dass ich mich nach und nach immer mehr damit beschäftigt habe und außerhalb dieses Regelwerks auch geguckt habe, was stimmt das denn alles oder gibt es da vielleicht noch andere Quellen, die anderes behaupten. Und dann, ja, dann mir verschiedene Bücher gekauft habe und auch Zeitschriften dazu. Das werden wir auch mal verlinken. Und, ja, auf jeden Fall, Shownotes werden wir zusammenbauen, wo du sagst Private Eye. Das war ja auch mal so eine Zeitschrift damals. Also der Sherlock Holmes fällt mir da so ein, so viktorianisch. Ich hatte mal, als so diese Dotcom-Bubble war, so um das Jahr 2000, war ich mal in London bei einem Startup so beschäftigt oder war da am Rumkonsulten. Und die hatten ein Büro in der Baker Street und nebenan war ein Sherlock-Holmes-Museum. Da erinnere ich mich noch. Ja, das Sherlock Holmes-Museum gibt es, glaube ich, auch heute noch. Als ich das letzte Mal in London war, ich glaube 2017, wollten wir auch mal hin, haben dann aber die Eintrittspreise gesehen und da sagten uns nein, nein, auf gar keinen Fall. Ja, das war ja in der Shining Dotcom-Bubble alles kein Problem. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, genau. Also im Prinzip diese Art von Kriminalistik und auch diese Art von Kriminalromanen, die kamen in der Zeit auf, weil das war so der heiße Scheiß. Aber jetzt will ich mal deinem Skript hier nicht vorgreifen. Wie fing denn das überhaupt an mit so moderner Kriminalistik? Kriminalistik, was ist das eigentlich? Ja, Kriminalistik, wir werden uns mit einer kleinen Vorgeschichte beschäftigen. Nämlich, wie ist denn der Ist-Zustand gewesen? Und da gehen wir jetzt in das, in England hinein, in eine Zeit, und wir beschäftigen uns jetzt mit Personen, die so um 1800 rum gelebt haben. Und das war eine Zeit, in der es sehr, sehr viele Strafen gab in England und vor allem auch sehr harte Strafen gab in einer sehr, sehr schlechten Gefängnissituation. Es gab dann Leute, die haben sich damit beschäftigt und meinten, hier läuft was falsch. Zum Vergleich, circa 1800 gab es 255 Vergehen, die mit der Todesstrafe bestraft wurden. Und dabei waren auch sehr, aus heutiger Sicht sehr milde Verbrechen. Zum Beispiel, wenn man etwas gestohlen hat, hätte man auch eventuell schon mit dem Tode bestraft werden können. Auch Kinder wurden mit dem Tode bestraft. Das war eine... Ja, so viele Möglichkeiten hatte man ja früher auch nicht. Es gab irgendwie so sozusagen mittelalterlich, wie man es so irgendwie kennt aus Literatur und Kunst so, den Kerker nicht war, den gab es schon. Kerker gab es auch, wenn man seine Schulden nicht bezahlte. Oder wenn man sonst irgendwie sozial nicht konform war. In der Zeit gab es ja auch das Workhouse, das Arbeitshaus. Also einfach Individuen, die sich nicht so in den üblichen Erwerbsarbeitkanon einfügten. Die wurden auch kriminalisiert und mit Zwangsarbeit belegt. Ja, und genau, Todesstrafe gab es eigentlich für alles, was etwas härter war, weil so richtig Gefängnisse gab es ja nicht, ne? Ja, Gefängnisse gab es schon. Die waren halt sehr, sehr schlecht. Also die Situation war sehr, sehr schlecht. Und jetzt kamen einige Menschen auf, natürlich gebildete Menschen, wie sollte es auch anders sein, die sich die Situation verbessern wollten. Und ich werde jetzt so ein paar Namen in den Raum werfen. Da das jetzt nur die Vorgeschichte ist, werden wir, du wirst ja auch Links sicherlich bereitstellen, kann man sich dann auch selber mal, kann man selber mal in die Suchmaschine. Du hast mir hier welche bereitgestellt. Mit Vertrauens reinwerfen. Ja, ja, gut. Und diese Leute sorgten dafür, dass die Anzahl der Vergehen mit der Todesstrafe von 255 auf 4 sanken bis 1891. Also schon deutlich weniger. Man kann ja nennen, um mal so einen Namen in den Raum zu werfen, Jeremy Bessam, äh, Ben Sam, Sir Samuel Womley und Lisa Bessam ist ein sehr interessanter Mensch. Dem kann man sich auch mal beschäftigen. Das ist, glaube ich, schon eine Folge für sich wert. Und ich habe in meinen Notizen, habe ich mir reingeschrieben, ob er vielleicht so eine Art Two-Face war, um mal einen Batman, ähm, einen Batman-Vergleich zu machen. Ja. Weil seine Ansichten sich sehr, sehr interessant lesen. Er ist für die Abschaffung der Todesstrafe eingetreten, für mehr Frauenrechte, für mehr Tierrechte. Und dann denkt man erst mal, wow, ja, Mensch, das ist ja, der lebte, der lebte von, also bis 148 bis 1832. Das scheint ja ein sehr moderner Mensch gewesen zu sein auf unserer heutigen Sicht. Im gleichen Atemzug liest man dann aber, dass er für mehr Überwachung war, dass er Gefängnisse konstruiert hat, also jetzt nicht gebaut hat, sondern den Aufbau eines Gefängnisses sich ausgedacht hat, mit dem man möglichst alle Insassen effizient überwachen kann. Ah, das panoptische Gefängnis? Ja, genau. War der das? Was so später Foucault so zum Gegenstand seiner Literatur gemacht hat? Das weiß ich jetzt nicht, aber er hat dieses panoptische Gefängnis gemacht, ja. Also so ein Zylinder, wo auf der Innenseite die Zellen offen waren und in der Mitte war ein Turm und von da konnte man überall reinsehen. Genau. Die totale Überwachung als Fortschritt der Menschheit, ja, ja. Ja, und er lieferte auch Argumente für Folter im Gefängnis. Ah, man muss die Wahrheit unbedingt herausfinden, ich verstehe. Genau. Also sehr interessant, diese zwei. Ich fand, das war sehr, sehr gegensätzlich. Es gibt übrigens eine Auto-Ikone von ihm, laut Wikipedia. So eine Auto-Ikone ist quasi so eine Art moderne Mumie, möchte ich es mal sagen. Man kann sich den Menschen ansehen und zwar wurde sein Skelett genommen, gereinigt und wurde Kleidung über das Skelett gepackt, sodass er quasi jetzt da sitzt. Und so wurde er aufbereitet und so wurde er aufbereitet in eine Vitrine gestellt. Okay, ja, das war eine Weile lang, war sowas Mode, genau wie die Geschichte mit den Wachsfiguren-Kabinetten, wo man Leute so in Lebensgröße nachbildete. Das war eine Weile so ein heißer Scheiß, genau wie, keine Ahnung, so in den 90er Jahren haben sich Leute irgendwie so eine Art CD auf ihren Grabsteinen irgendwie graviert und Hologramme und ach, was nicht alles. Ja, und dann hat man sich so langsam noch die Frage gestellt, ist überhaupt die Todesstrafe noch abschreckend? Denn es gibt so viele Verbrechen, auch teilweise sehr, sehr grauenvolle Verbrechen, die nicht abnahmen. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Kriminalfall, und zwar die Eheleute Frederick und Mary Manning. Die haben einen sehr spektakulären Mord begonnen, und zwar war das so um 1800, in den 1840ern. Charles Dickens, ne? Der war Mitte der 1800er. Also worum geht's da? Die Eheleute haben sich jemanden zu Hause, also in ihr Haus eingeladen, haben sich mit der Person angefreundet, der hatte dann Aktien auch, an die sie herankommen wollten, und haben diese Person dann zu Hause ermordet und dann auch dort unter dem Haus quasi begraben, sind dann mit den Aktien, wollten sie abhauen, haben sich getrennt und so weiter. Es gab eine Verfolgungsjagd. Sie wurden schließlich gefasst und wie üblich damals zu Tode, also mit der Todesstrafe bestraft. Und die Hinrichtung war 1849 im November öffentlich, das heißt auf einem Haus, man konnte zugucken. Und du sprachst gerade an Charles Dickens. Er hat in der Times damals einen Brief veröffentlicht, in der er sich über das Verhalten und die ganzen Ereignisse rund um diese Hinrichtung, ja, er war richtig schockiert darüber, was da vor sich ging. Na, der hat ja auch in seinen Büchern so die soziale Realität im England der 1800er Jahre so drastisch geschildert. Und dadurch kennt man ihn ja eigentlich auch, insoweit passt das schon rein. Den Brief habe ich auch im Internet gefunden, den Link können wir auch mal mit reinstellen. Ja, wir können den mal verlinken. Also er sagt, dass es quasi wieder eine Art Feier war. Es gab Prostituierte, Trinksüchtige, die die ganze Nacht gefeiert haben, auch während der Hinrichtung. Und man hat ja den Eindruck, es handelte sich um ein Spektakel. Und da fragt man sich, also die Todesstrafe soll ja eigentlich auch abschrecken. Aber wenn die Leute das dann daraus zum richtigen Feier machen, dann kann das gar nicht mehr abschreckend sein. Also dazu kann ich was beitragen, wenn ich mir eine Minute leiden darf. Die Geschichte ist ja länger. Das muss man ja sehen, das 19. Jahrhundert oder eigentlich schon das Jahrhundert davor war ja so der Übergang von der mittelalterlichen, religiös geprägten Weltsicht auf eine moderne, sozusagen mehr auf Fakten basierende. Und die ganze Geschichte mit dem irdischen Leben und dem Jenseits spielt da ja eine ganz große Rolle. Und daher auch so das mit der Todesstrafe. Es gab ja verschiedene Arten, auch je nach gesellschaftlichem Stande. Also so Aufhängen war fürs gemeine Volk und die Edelleute wurden nur geköpft mit dem Schwert. Das war irgendwie schon mal ein Unterschied. Und so das wahre Gericht fand ja sowieso am jüngsten Tag im Jenseits statt und nicht irgendwie jetzt. Also die ganze Geschichte damit, dass man sozusagen im Jetzt durch Strafe Menschen verbessert, ist ein neuzeitliches Phänomen. Und es gab auch immer schon besondere Hinrichtungsarten für besondere Fälle. Ich kann das mal anekdotisch erzählen. Es hat den Vorzug wahr zu sein, weil ich mal einen Wissenschaftler interviewt habe. Der hat über das 18. Jahrhundert, also die 1700er Jahre, in Preußen geforscht. Und da war zum Beispiel Leute aufhängen. Das war etwas, das machte man in Preußen oder Mitteleuropa, aber in anderen Ländern war das nicht bekannt. Also es ist bekannt als Anekdote, dass der Zar von Russland mal zu Besuch kam beim König von Preußen, also so auf dem Gefährdrücken, wie das so war. Und Leute ritten ihm dann entgegen. Man wusste ja damals nicht genau, wann einer ankommt, aber es war ja nun ein allerhöchster Herrscher. Und dann sind also Minister und Würdenträger dem Zaren natürlich entgegengeritten. Und während sie dann also nun zur Hauptstadt ritten, da sind sie an einem Galgen vorbeigekommen. Also heute gibt es ja noch Dörfer, wo es am Rand immer so Straßen manchmal gibt, die heißen Galgenberg oder Galgenkamp oder sowas. Das war meistens so Hügel, da hing der dann so. Naja und der Zar erkundigte sich, was denn das sei. Der hatte halt noch nie einen Galgen gesehen, weil machte mal in Russland nicht. Und als man ihm das erklärte, fragte er ja, ob man gerade mal jemanden auf die Art hinrichten könnte. Und dann waren die etwas peinlich berührt und sagten, sie hätten gerade keinen Delinquenten und ginge irgendwie nicht. Worauf der Zar auf ein niederes Mitglied seines Gefolges gedeutet habe und gesagt hat, dann hängt halt so lange den da. Und dann war es große Mühe, den Zar irgendwie abzulenken, dass man diesen Plan nicht irgendwie durchführen musste. Also so war das damals mit dem Wert des Menschen und der Hierarchie und so. Also nur mal so als Beispiel. Also diese Anekdote ist tatsächlich belegt neben vielen anderen, die damals so volkstümlich tradiert wurden. Ja, das nur mal so in Parenthese. Also ich glaube, diese ganze Kriminalistik, Todesstrafen-Geschichte hat auch viel mit Aufklärung und Moderne zu tun. Das muss man irgendwie zusammen sehen. Ja, also wir kommen auch gleich mal zu dem Nächsten, das ich nicht ausgesucht habe. Du hattest vorhin mal gefragt, was ist eigentlich Kriminalistik? Und da kommen wir zu jemandem namens Franz von Liszt. Ah, also so wie der Komponist nur mit von. Genau, das ist eine Verwechslungsgefahr. Es gibt Franz Liszt und es gibt Franz von Liszt. Ah, wahrscheinlich ein altes Geschlecht mit adligen und nicht adligen Linien oder so. Ja, Franz Liszt ist dieser Klavierspieler, Komponist, ist der Cousin und Taufpate von Franz von Liszt. Also das ist echt sehr, sehr... Ja, die waren ja auch, ja, ja, der war ja auch wesentlich jünger. Also der von Liszt, von dem du sprichst, der starb, wie ich hier sehe, 1919. Also der war dann schon ein moderner Typ so. Ja, genau. Und der hat sich auseinandergesetzt mit dem Verhalten von Straftätern, hat probiert, sie hat so eine Idee reingebracht in die Unterhaltung, unterschiedliche Gruppen für Arten von Täter zu entwickeln. Da hat er so drei Gruppen geformt, dass einmal, dass man, also verschiedene Strafen, einmal eine Bewährungsstrafe als Denkzettel, also das heißt, wenn jemand mal ein kurzes Vergehen, ein kleines Vergehen gemacht hat, dann sollte man ihnen eine Bewährungsstrafe geben. Dann für verbesserliche Täter, das heißt, die Leute haben schon, tja, ein schwerwiegenderes Verbrechen vollzogen, aber für die könnte man dann Freiheitsstrafen einführen und eine Resozialisierung vornehmen. Und dann gibt es noch die unverbesserlichen Täter, das sind dann die dritte Gruppe, die dann mit einer lebenslangen Strafe bestraft werden sollten. Ja, das passt ja auch so, ich muss so daran denken, einmal gab es ja früher auch so die Leibesstrafe, so öffentliches Verprügeln aller Art und natürlich auch sowas wie Verbannung, das wäre dann so, du bist raus, so was ich so, Frankreich hat Leute irgendwie in die Karibik oder auf irgendwelche einsamen Inseln verbannt oder halt so Sibirien in Russland, ist ja bekannt. Das ist so dieses Jenseits, weil das mit der Todesstrafe hat ja auch eine religiöse Geschichte, also nur der von Gottes Gnaden Landesherr durfte ja einfach mal Leute töten lassen. Also das war schon irgendwie klar, dass das ja eigentlich verboten war, fünftes Gebot und so. Und es gab dann Vorstufen davon, die aufs selbe hinaus liefen früher. Genau. Und jetzt dieser Franz von Liszt, also man merkt, ich habe ein wenig Schwierigkeiten mit diesem Namen, er gründete dann oder war Mitbegründer der sogenannten Internationalen Kriminalistischen Vereinigung. Aha. Das Wort international steht hier wirklich für international. In zahlreichen Ländern gab es diese Vereinigung, um mal Zahlen in den Raum zu werfen, von 1889 bis 1933 gab es diese Vereinigung. Offiziell wurde sie dann 1937 aufgelöst. War das so eine Art Interpol-Vorläufer oder wie kann man sich das, oder FBI vornehmen? Nee, 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 das ist eher so eine Art, ich finde, das ist so eine Art Fortbildungszentrum gewesen. Okay, okay, da hat man sich also international über kriminalistische Normen und Erfahrungsaustausch und sowas definiert. Genau, anfangs hat man noch so sehr Gedankenspiele besprochen, hat dort auch zum ersten Mal den Begriff der Kriminalistik probiert zu definieren. Das ist ein anderer als den, den wir heute haben. Also es ging früher eher darum, was sind so Fragen, was machen Verbrechen aus, wie kann man Prävention betreiben und so weiter. Das haben sie besprochen und haben dann auch Mittel zur Aufklärung und Prävention besprochen, sich ausgetauscht, was führte zum Erfolg und so weiter. Und das so als kleine Vorgeschichte ist Stand des Englands um, klar, im 19. Jahrhundert herum. Und jetzt habe ich ein paar Personen herausgesucht. Einige davon meintest du, ja, ja, den kennt man doch. Da muss ich sagen, bevor ich mich damit beschäftige, habe ich von den Leuten teilweise noch nie was gehört. Wir werden sprechen über Vidocq, jetzt relativ ausführlich, dann über Alphonse Bertillon, der die Bertillon Arsch entwickelte. Und dann werden wir abschließend, bevor wir dann zu Gennert kommen, noch über die Daktiloskopie sprechen und da über vier Personen sprechen, die letztendlich zum Erfolg der Daktiloskopie beitrugen. Mhm, okay, interessant. Ja, klar, stimmt, das mit den Fingerabdrücken ist ja auch so ein modernes Ding irgendwie. Genau. Fing das also in England an, dass man sich systematisch überlegt hat, wie fange ich Verbrecher und wie treibe ich in das Verbrechertum aus oder war das woanders? Ja, also das lässt sich schwierig sagen, weil dieser Gedanke auch schon deutlich vorher in der Geschichte natürlich kam. Also damals, wie alle modernen Sachen, auch Erfindungen, die Welt war halt noch nicht so globalisiert und Ideen, deren Zeit gekommen war, die verwirklichten sich also in mehreren Staaten denn gleichzeitig, so wie die Erfindung des Telefons oder so. Ja, ich würde ja sagen, dieses international absprechen, das ist so ein Zeichen, der dann mit diesen besagten Personen so langsam vorangetrieben wurde. Mhm, okay. Ja. Mhm. Okay, so viel dazu, dann lass uns doch mal einsteigen mit Vidocq, beziehungsweise Eugène François Vidocq, der ist Franzose gewesen. Aha, also, ja stimmt hier. Über den habe ich als Jugendlicher oder Kind mal irgendwo irgendwas gelesen oder irgendeinen mehr oder weniger schlechten Film gesehen, aber das ist echt nur noch ein schwacher Widerschein einer Erinnerung. Was hier steht da? Eugène François Vidocq, der ist ja uralt geworden, 1775 bis 1857. Wow. Ja, für die damalige Zeit war er quasi ein Dinosaurier, 82 Jahre alt. Mhm, aber der hat also, der war Franzose, hat aber in England gewirkt oder wie? Nee, nee, wir verlassen jetzt England und gehen jetzt nach Frankreich, beschäftigen uns jetzt nicht nur mit England. Okay. Warum habe ich die Person rausgesucht? Ich fand, sie war sehr interessant, hat sehr viele Verbrechen aufgeklärt und wird oftmals verglichen mit Sherlock Holmes. Er geht so als erster Detektiv. Aber ich habe hier geschrieben in meinen Aufzeichnung Britanniens, das stimmt aber gar nicht, er ist Franzose gewesen. Okay, genau. Gründer der französischen Kriminalpolizei steht hier in der Seite, auf der ich gerade bin. Okay. Genau, die Surete. Und dieser Mensch hat auch eine sehr, sehr interessante Kindheit, denn bis, also er war Verbrecher, hat nur Unfug, Schabernack betrieben, bis er dann später Verbrechen aufklärte. Das heißt, er hatte sich sozusagen praktisch mit Kriminalistik beschäftigt zunächst mal. Genau, praktische Gründe gehabt und große Eigenmotivation. Er war ein turbulentes Kind, hat dann als Kind sich in Arras aufgehalten, in Waffenseen, hat dort fechten gelernt. Arras oder Arras, ja, sagt mir was. So, das war doch noch so vor der französischen Revolution, so wo die Edelleute noch so hier reiten und fechten musste man ja können, so als Mann von Welt. Ja, das hat er sich auf jeden Fall gut angeeignet können, denn er bekam schnell den Beinnamen Le Vautran, also übersetzt das Wildschwein. Ah, Le Vautran, ja, 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 okay, das Wildschwein, okay, schöner Spitzname. Und so einer war er dann auch, oder wie, Mord und Totschlag, ja. Ja, also ob er jetzt die Leute auch getötet hat, weiß ich nicht, zumindest hat er sich sehr, sehr oft duelliert. Ja, das war ja üblich, das hat Bismarck auch gemacht, also das war normal. Und hat, ja, sehr, sehr viele kleine Diebereien gemacht, hat auch seine eigene Familie bestohlen, mehrmals von zu Hause ausgerissen und zwischendurch hat er sich als Kind mal probiert, im Zirkus zu verstecken und dort über die Runde zu kommen und sollte sich dann als Kannibale verkleiden und rohes Fleisch essen, bis er dann auf die Idee kam, dass es jetzt vielleicht doch nicht so das Beste ist, was man machen könnte im Leben und sich dann entschlossen hatte, mit 15, 16 zum Militär zu gehen. Also das sind ja im Grunde so Anzeichen, die man auch nach heutiger, moderner Sicht so als Grundsteine eine so in frühester Jugend beginnenden kriminellen Veranlagung und Karriere sieht. Also sowohl statistisch wie auch so im, im jugendlichen, wie soll man sagen, im jugendstrafvollzuglichen Sinne so. So fangen ja ganz viele Lebensläufe von Menschen an, die als junge Menschen im Knast sitzen so. Er hat auch da, beim Militär konnte er sich auch nicht so wirklich benehmen, war auch wegen zahlreicher Duelle mehrmals im Gefängnis. Also Duelle waren natürlich verboten, aber irgendwie geduldet und wenn man sich erwischen ließ, war man dran. Ja und er kam dann doch irgendwann wieder zurück in seine Heimatstadt, jetzt zeitliche Einordnung, er ist jetzt ungefähr 20 bis 25. Das heißt es war gerade, also nach der französischen, also so als Napoleon anfing so. Ja, kann man so sagen. So um 1800, okay. Er hat dann so mit 20, 25 sehr, sehr oft die Orte gewechselt, sich sehr, sehr oft wieder duelliert, geprügelt, war oft auf der Flucht, hatte viele Frauengeschichten. Also der Mann hat nichts anbrennen lassen, hat alles gemacht, was man machen, nicht machen durfte, musste dann mit 20 Jahren für drei Monate ins Gefängnis und das war so eine Art Ausbildungslager denn für ihn. Dort hat er einiges gelernt, unter anderem auch Kampftechnik, die Savat, das ist so nicht so eine, ich glaube eine Kampftechnik der Franzosen. Savat steht, glaube ich, übersetzt für abgetragener Schuh, habe ich mal gegoogelt, mir hier notiert. Sagt mir jetzt gar nichts, interessant, okay. Es ist wohl eine sehr prominente Kampftechnik. Also schreibt sich Savaté mit V. Savate, ja. Savat. Ja, ich bemühe mal hier nicht die Müllhalde, sonst schweifen wir hier wieder ab. Aber das ist ja ein heiterer Lebenslauf. Also dieser Typ hat also erstmal so 20, 30 Jahre gebraucht, bis er sozusagen, ja wie wurde denn der Kriminalist dann? Also erstmal saß er selber im Knast, toll. Ja, genau und er hat dann auch probiert zu fliehen, das gelang ihm auch kurz, dann wurde er wieder geschnappt und jetzt kommt so eine heigle Stelle, denn es gibt einen Fluchtversuch anderer und er selbst wird beschuldigt, geholfen zu haben und Dokumente gefälscht zu haben. Und wie Doc beschreitet hierbei seine Unschuld, wird aber trotzdem zu acht Jahren harten Arbeitslager verurteilt. Aus diesem Arbeitslager fliegt er dann und hat diese Strafe noch in den nächsten Jahren immer wieder am Hals. Also er versteckt sich vor der Polizei, wird immer wieder mal geschnappt. Als er so 25, 36 ist, also in der Zeitspanne, wird auch mal kurz Kaufmann, wird dann wieder gefasst, hat mittlerweile auch eine Todesstrafe am Hals. Also bei anderen Worten, dem hat so sein Vorstrafenregister ist ihm so immer gefolgt. Genau und als er so alt war wie ich jetzt, also 33, dann wird er verhaftet mal wieder und jemand macht ihm ein Angebot, was er nicht ausschlagen konnte, denn er fragt diesen wie Doc, ja möchtest du nicht, du hast so viel Erfahrung, die Leute vertrauen dir, also die anderen Verbrecher, möchtest du nicht als Spitzel arbeiten? Ah, der erste V-Mann der Weltgeschichte, ja. Genau, wie Doc, also das V steht für V-Mann. Für wie Doc. Okay, wieder ein Gerücht in die Welt gesetzt, ja, okay. Und das hat er dann auch angenommen, das Angebot und hat sich als Spitzel verdient und ja, wie gesagt, er hatte großes Vertrauen bei den anderen, auch durch seine Fluchtversuche, die teilweise ja auch geglückt sind, war er so eine kleine Berühmtheit in den Gefängnissen. Und die haben ihm sehr viel erzählt, die anderen Verbrecher, sodass er dann dazu beitrug, dass auch viele Verbrecher, ja, gefasst wurden. Also mit anderen Worten, so Kriminalist wie der Willen, ja, so nach dem Motto, Verbrechen ist vorbei und entweder du wechselst jetzt die Seiten oder wir hängen nicht auf. Genau, und er wurde dann auch aus dem Gefängnis entlassen, ohne dass seine Strafe, seine Todesstrafe aufgehoben wurde. Das heißt, sie haben ihn so am Haken gehabt. Ja, er durfte sich frei bewegen, musste quasi immer wieder für Nachschub sorgen und weil er so berühmt war und sich das auch langsam herumsprach, musste er unter anderem auch auf Verkleidungen zurückgreifen, also sich dann selber diverse Verkleidungen anlegen. Und das lange vor dem Internet und der Fotografie fing gerade an, so 1850er, ja. Ja, und das ist auch so ein Grund, warum viele auch ihn als Sherlock Holmes bezeichnen, weil er ja in seinen Geschichten sich auch sehr viel verkleidet und zwar so gut, dass er nicht mal Watson im selben Raum ihn erkannt hat. Okay. Also das ist so eins dieser Gründe, warum er mit Sherlock Holmes auch verglichen ist. Aber das ist doch wahrscheinlich dann auch so ein Produkt, sagen wir, der damaligen Massenmedien, ne, so der Klatschpresse und so, gab es ja reichlich. Ich sage auch nicht, dass ich das jetzt, ich finde auch nicht, dass er in Sherlock Holmes ist. Das ist aber immer wieder so ein Argument, was ich gelesen habe. Das ist ja auch so berühmt. Also diese Sherlock Holmes Bücher, das habe ich mir damals noch aus London gemerkt, die erschienen ja nicht entweder gleich als Buch, sondern das waren ja erstmal so Fortsetzungsschundromane, die wurden so im, nein, Schund nicht, die waren im Strand Magazine. Das war schon so ein besseres, so eine bessere Zeitschrift, würde man heute sagen. Jaja, und dann, da wurden, und später wurden ja erst als Bücher zusammengefasst. Das waren sozusagen so gehobene Groschenromane oder so. Ja, das waren gar nicht so lange Geschichten, die dann teilweise veröffentlicht wurden in so Zeitschriften, ja. Das macht er jetzt auch eine Weile, du hast es schon angesprochen, er hat so eine Geheimpolizei dann gegründet, da ist er dann schon jenseits seiner Dreißiger. Das ist diese Sûreté. Ja. Und die, das war eine Geheimpolizei in dem Sinne, er war dort, hatte dort eine Leitung und hat andere Kriminelle abgeworben, für ihn zu arbeiten. Also, ja, ja, der inoffizielle Mitarbeiter, so fängt, so fängt's an, genau. Ja, da haben wir schon den Nächsten, Ian. Und ja, also in dieser Zeit, er war, er stand unter großer Kritik. Also, er hatte zwar sehr viele Erfolge, wurde aber aus der Bevölkerung stark kritisiert und auch aus der anderen, also anderen Personen aus der Polizei, die, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Neid war. Jedenfalls mochte man den Gedanken nicht, dass er sehr, sehr viel, also dass er eigentlich krimineller war, auch noch mit teilweise immer noch mit einer Todesstrafe, aber hier für die Polizei arbeiten sollte. Naja, das waren ja auch politische Wirren. Also, wenn du hier schreibst, das war so, während er so um die 50 war, also 1825, da war natürlich Frankreich nach dem ganzen Napoleon Wirren und danach, das war natürlich auch alles andere als ein stabiler Staat, ne? Also, ja, er ist dann auch zurückgetreten von dieser Geheimpolizei, er hat dann später sein Detektivbüro gegründet, wo weder Kriminelle arbeiteten. Er hatte viele Politiker zu Feinden, es gab viele Strafverfahren, aber auch Freisprüche. Dann zu seiner Arbeitsweise noch etwas gesagt, er hatte so eine Art fotografisches Gedächtnis, was dann wieder so ein Sherlock-Holmes-Bezug, den man immer wieder liest, weil Sherlock Holmes ja auch ein fotografisches Gedächtnis haben soll. Und was, wie Doc gemacht hat, ist, er ist sehr, sehr oft in Gefängnisse gegangen und hat sich dort die Kriminellen angesehen und eingeprägt. Ah, das, da kommt das her, also ich weiß, also eine der ersten Anwendungsfälle der Fotografie, die ja so Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen in Brauch bei Erfunden wurde, war ja Verbrecher-Karteien. Und daher kommt dieses, daher schon kommt dieses Ding so mit dem Zöllner-Gesicht, ne, wen kontrolliere ich denn? Also da kommt dann so diese, auch später verpseudowissenschaftliche oder anfangs richtig verwissenschaftliche Theorie, man könne sozusagen Menschen das Kriminellsein an ihrer Visage ablesen oder am Körperbau und so. Ja, das wollte er, glaube ich, nicht machen. Er wollte sich die Gesichter einprägen, um sie dann zu identifizieren. Aber ja, er hat auch schon ein Karteikartensystem angelegt mit Personenbeschreibung, Pseudonym, das übliche Vorgehen des Verbrechers und das jetzt in Frankreich. Und das ist schon ein enormer Schritt gewesen zur damaligen Verbrechensaufklärung. Man konnte anhand eines Vorgehens, konnte man gucken in der Karteikarte, hatten wir mal so einen Verbrecher im Gefängnis, der auch so vorgegangen ist? Und ja, das dann suchen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende von Widock. Okay. Ja, also sagen wir mal so. Ja, so hat es angefangen. Also wie gesagt, jemand, der vom Kriminellen etwas unfreiwillig zum Kriminalisten wird, der sich dann aber auch irgendwie darin verstrickt auf eine Art. Also insbesondere so dieses, ich erkenne die Knackis an der Visage, das gibt es ja bis heute. Also ich hatte mal beruflich mit Kriminalpolizisten zu tun und so. Und also den Spruch, du weißt, ich bin lange genug im Dienst, ich sage dir doch am Passbild, ob einer ein Knacki ist, den habe ich noch in den 90er Jahren gehört. Ja, wobei ich will ja nochmal sagen, also es ging ihm, glaube ich, eher darum, die Person wiederzuerkennen, die er im Gefängnis gesehen hat. Wenn die ausgebrochen ist oder entlassen wurde, dann, es ging ihm, glaube ich, um die Identifizierung und nicht darum, anhand bestimmter Gesichtszüge. Ja, nee, aber damit fängt es ja an. Also man wollte das ja systematisieren. Und das Problem, was man ja hatte, war, du hattest irgendwann eine Verbrecherkartei. Anfangs hast du so Signalement, wie es dann eben hieß. Also so Körpermerkmale, Größe, Gewicht, Pipapo, besondere Merkmale, Narben, was weiß ich. Und das musste man ja systematisieren. Es gab ja keine Regeln dafür irgendwie. Und daraus, also jetzt gewagte Theorie, wissenschaftlich gebildete mögen uns korrigieren. Hörerpost at damals-tm-podcast.de in dem Fall. Und daraus, will ich mich erinnern, daraus entstand so diese Theorie, man könne ja sozusagen die kriminellen Fotos scannen oder überhaupt nur Fahndungsfotos scannen und die kriminellen rausfinden oder so ähnlich. Aber ich schweife ab. Ja, das ist auch noch ein Punkt, der noch weit bis in die DDR-Geschichte hinein verlief. Aber du sprachst es gerade an, das war eine perfekte Überleitung. Also Vidocq hat so eine Art Kartei-System entworfen, was aber sehr unübersichtlich war. Und man brauchte jetzt ein besseres Kartei-System. Und da kommen wir zu Alphonse Bertillon. Also zeitlich lebte er 1853 bis 1914. Also wir sind jetzt schon ein bisschen, wir sind schon tief Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Und da kommt Alphonse Bertillon. Rasanter technischer Fortschritt. Und also zu ihm gesagt, sein Vater, der war Arzt und der hat sich mit anthropologischen Studien befasst. Siehste, siehste, genau das. So nach dem Motto, der kriminelle Körperbau. Okay. Und sein Vater wusste nicht so ganz, was aus dem Jungen wird. Er hat immer wieder kleinere Jobs gemacht und dann sollte er doch zur Armee gehen. Und ja, nach der Armee, also aus der Armee wurde er später entlassen und stand da ohne höheren Abschluss, ohne nichts. Und der Vater, selber Arzt, hat sich gesagt, was muss der Junge aber machen und hat ihm dann eine Einstellung besorgt bei der Pariser Polizei. Und das waren aber so sehr niedrigere Arbeiten. Also er hatte mit dem Kartei-System zu tun und musste wahrscheinlich Dinge einordnen. Ja, damals war Datenbank eine, genau wie verteiltes Rechnen, eine personalintensive Angelegenheit. Da gab es den Karteiführer und der wusste, welche Karte in welchem Kasten ist. Und jetzt, also der junge Alphonse hat das gemacht und bemerkte dann schnell, dass das ein sehr schlechtes Verfahren war zur Identifizierung. Das war sehr, sehr unübersichtlich. Und hat sich denn selber an die Theorie von, ich frage den Namen kaum auszusprechen, Kettelon befasst. Und dieser stellte die Theorie auf, dass es keine zwei Menschen gibt, die die gleichen Körpermaße hätten. Ah, ja, 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 ich irre mich dunkel. Also man hat ja damals so angefangen, systematisch Menschen zu vermessen. Über die Kolonien hatte man ja dann auch mal sozusagen Überblick über, ja, so verschiedene Menschenphänotypen und hat die dann alle ausgemessen und gedacht, man könnte irgendwie rausfinden, so nach dem Motto, woher die Menschen abstammen und hat die so systematisiert, glaube ich, irgendwie so. Ja, und der Bertillon hat mit dieser Grundidee ein Verfahren entwickelt. Also das wurde dann später nach ihm benannt, die Bertillonage. Okay, ja. Und das waren zwölf Maße, die er einfach katalogisiert hat. Also Körperlänge, Armsprangweite, Sitzhöhe, Breite. Ach gut, der Meter war ja schon eingeführt. Also das war ja schon mal auch so ein Problem so mit Imperial Measures. Das hatte man ja dann auch. Okay, also Länge, Breite, Höhe, Kopflänge, Kopfbreite. Da haben wir Schädelvermessung. Das haben die Nazis dann erst auch noch geglaubt. Ja, und diese, also diese, also ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, dass das... Nö, 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 kann man googeln. Bertillonage. Ja, ja. Und damit, mit diesen Maßen, hat er dann ein sogenanntes Porträt-Parlet, also ein entsprechendes Bildnis, wenn man so will, entworfen. Das wurde eingetragen und danach konnte etwas katalogisiert werden. Nun muss man aber sagen, Bertillon, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er da, er sollte ja niedrigere Arbeiten bei der Polizei verrichten. Es kann jetzt nicht jemand einfach hingehen zum obersten Leiter und sagen, übrigens, ich habe ein Kartei-System erfunden, eine Bertillonage, ich habe sie auch gleich nach mir selbst benannt und das wird jetzt alles ablösen, das ist der Hit. Nö, natürlich nicht. Die haben wahrscheinlich ausgelacht. Ja, also es gab sehr viel Kritik und Spott, man dachte sich, was will der denn jetzt hier? Er durfte dann aber Studien vornehmen und es gab dann auch einen kleinen Fall, in dem das tatsächlich zum Erfolg führte, sodass die, ja, die Pariser Polizei und dann auch weite Teile der französischen Polizei feststellten, ja, Mensch, die Bertillonage, die funktioniert tatsächlich ganz gut und haben das dann nach und nach eingeführt. Sie herrschte noch sehr lange in Frankreich. Es gab allerdings ein paar Schwachstellen und zwar kommen wir gleich zur Daktyloskopie. Also Fingerabdruckmethode. Fingerabdruck, Bertillon hat selber den Daktyloskopie abgelehnt, es liest sich teilweise so, als ob er einfach dagegen war, weil es sein System in Frage stellte. Genau, also der hat irgendwie wahrscheinlich geahnt, das wird es revolutionieren. Ja, und es gibt so diese Anekdote wohl, er hatte selber auch ein Verbrechen aufgeklärt mithilfe eines Fingerabdruckes und hat es aber immer geleugnet. Er hat auch auf Titel verzichtet, weil er dann hätte anerkennen müssen, dass er das mit dem Fingerabdruck und der Daktyloskopie löste und das wollte er nicht und all sowas. Es gibt einen sehr, sehr berühmten Kriminalfall, der zeigte, dass die Bertillonage Schwachstellen hat und zwar wurde ja mal aus dem Louvre die Mona Lisa geklaut. Das ist ein total geiler, das ist auch für Podcaste und wird in diesem Internet und auch sogar für Spielfilmt. Also der Diebstahl der Mona Lisa und irgendwie die Jagd nach den Verbrechern und dann gab es da auch noch irgendwie internationale Verwirrung und Sprengstoff und ich weiß nicht, das ist eine total krasse Story. Ich glaube, Frankreich und das damals relativ neu gegründete Italien haben sich gestritten, wem das Gemälde gehört und wer jetzt was wie und das ist eine total krasse Story. Ja, wir schweifen ab. Ja, dafür ist ja Podcast da zum Abschreiben. Genau, dafür ist er ja da. Also das war so ein modernes Großverbrechen, was auch Medienecho gab. Also das hat jahrelang in Europa, in allen Zeitungen, wurde darüber also irgendwie spekuliert, man muss das mal, ja, man muss sich da mal im Internet festlesen. Also der Diebstahl des Gemäldes der Mona Lisa aus dem Louvre. Genau und also wie gesagt, das war 1911, als das geklaut wurde, das Bild und erst 1913 wurde der Dieb verhaftet und das Interessante war, man hat am Tatort einen Fingerabdruck gefunden, schon 1911 und hat dann auch später festgestellt, dass man den Fingerabdruck sogar auch im Karteikartensystem hatte, was allerdings schwer war zu finden, weil das System nach Körpermaßen, also nach der Bertilonnage katalogisiert wurde, nicht nach Fingerabdrücken. Und das war wahrscheinlich auch nicht international, sondern rein französisch, dieses System, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nur national war. Oder lass mich raten, jedes Land hatte seine eigene Norm natürlich. Wahrscheinlich. Es gab auch Messfehler, das ist auch so. Ja, verschiedene Maße, in England ging das wieder nicht, mangels Meter, ja. Also wir hatten letztens das Problem, wir wollten teilweise, wir wollten übers Internet etwas bestellen und einen Schuh und dann sollte man selber messen und zwar die Sohle. Und dann stand dort drin, es soll die Sohle gemessen werden und nicht die Länge des Fußes. Und allein das war sehr irritierend, was jetzt nun gemeint war damit, was jetzt der Unterschied ist. Also das ist gar nicht so einfach, ein Maß, ein Längenmaß zu nehmen, da gehört eine ordentliche Schulung dazu, damit das auch wirklich einheitlich gemacht wird. Ja. Und noch etwas zu diesem Verbrechen, also diesen Fingerabdruck, den gab es schon 1909, also zwei Jahre bevor der Diebstahl überhaupt stattfand, im System. Das heißt, sie hatten von Anfang an, hatten sie den schon. Aber das Problem war, wie soll man es systematisieren? Also ich meine, das ist ja heute noch ein Problem, auch mit Computern. Also, verstehe. Ja, also hätten sie die Daktiloskopie betrieben, das heißt eine Ausrichtung nach Fingerabdrücken, dann hätten sie ihn wahrscheinlich schneller gefunden. Aber ich glaube, damals war auch das Problem, die Mona Lisa kam ja ursprünglich aus Italien und irgendwie war das gestohlene Bild nach Italien. Ich glaube, der Dieb war Italiener oder so dran und die Italiener wollten es den Franzosen nicht wieder rausrücken, von wegen es unseres und so. Irgendwie sowas. Das kann sein, da kenne ich mich leider zu schlecht mit aus. Ich weiß nur, dass das Bild sehr schlecht aufbewahrt wurde. Ja, es wurde mitgenommen dabei, ziemlich arg. Irgendwie rausgetrennt, zusammengerollt und irgendwo versteckt oder so. Ja, irgendwie so. War ja damals schon 400 Jahre alt, das Teil. Es hatte schon einige Jahre auf dem Bucke. Also, das waren jetzt alles Gründe, warum die Bertilunage nicht das beste Verfahren war. Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten und das ist die Daktiloskopie. Wir haben den Begriff jetzt schon sehr, sehr oft in den Raum geworfen. Also, das Verfahren, was sich eher an Fingerabdrücken orientiert. Es gibt ja die Aussage, dass jeder Fingerabdruck wohl eindeutig sei. Ja, so weitgehend. Zumindest ist die statistische Chance, dass man sozusagen am selben Tatort zwei Leute mit demselben Fingerabdruck findet, verdammt gering. Genau, es gibt dann immer noch so Theorien von Zwillingen. Da gibt es natürlich auch Forschung, glaubt man nicht. Also Zwillingsforschung unter anderem deswegen. Genau. Man hat jede Menge armen Zwillingen die Finger abgeschnitten dafür. Also, ja, es gibt zahlreiche Studien, Theorien. Ich will jetzt gar nicht erklären, was jetzt das wissenschaftliche Prinzip ist und wie man das katalogisiert. Letztendlich, es geht um Fingerabdrücke, die quasi eindeutig sein sollen. Und wie kommt jetzt nun dieses System in die Welt? Also, Bertillon hatte ja schon mit seinem System Schwierigkeiten, musste dafür einen Erfolgsfall liefern. Naja, klar, der hatte kein Datenbankwissen. Der hatte eine Datenbank, ohne es zu wissen, und wusste nichts von relationalen Datenbanken und so. Ja, ob jetzt, naja, sagen wir mal so, die Daktiloskopie hatte hier einen Vorteil, denn sie hatte einen Mathematiker, der sich damit beschäftigt hatte. Aber zu dem kommen wir gleich. Okay. Lass uns zuerst sprechen über, zeitlich zuerst über Sir William James Herschel. Ah, ja, der ist ja bekannt, aber nicht für Kriminalistik. Der war doch allgemein so ein universal gelehrter irgendwie Herschel. Hat der nicht auch mal einen Kometen entdeckt oder irgendwas? Es gibt den, ich glaube, es gibt einen Herschel-Kometen. Ob es der Herschel ist, das weiß ich gerade nicht. Stimmt, vielleicht auch wieder eine große Familie. Na, wir wollen mal nicht spekulieren. Also, wir sprechen von William James Herschel, 1833 bis 1917. Genau. Und der war Mitarbeiter im britischen Staatsdienst in Indien. Wie jetzt auch die folgenden Personen, die wir gleich erwähnen werden. Okay. Oder besser gesagt in Asien. Na, es ist egal, wir kommen gleich drauf. Und er hatte eine Aufgabe. Und zwar sollte er 1860 kontrollieren, dass die Pensionen an die indische Bevölkerung auch korrekt ausgezahlt werden. Und mit korrekt meine ich nicht nur die Höhe, sondern, dass er verhindern sollte, dass Pensionen doppelt ausgezahlt werden. Ja. Denn es gab das Problem, dass manche, ja, dass manche der Bevölkerung doppelt zu den Stellen hingegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe aber meine Pension noch nicht abgeholt und haben dann die Unterschrift gefälscht. Typisch. Oder behauptet, sie könnten nicht schreiben und haben dann X gemacht. Das Typische. Weshalb man ja heute noch in vielen großen Demokratien den Leuten am Wahltag ihre Finger färbt oder so. Ja, stimmt. Das wird auch heute noch gemacht. Und dann hat sich dieser besagte Hörschild daran erinnert, dass er ein paar Jahre zuvor schon mal beobachtet hat, wie Handabdrücke genutzt wurden, um Unterschriften für Verträge zu ersetzen. Und daran hat er sich erinnert und dachte, naja, Handabdrücke, aber Fingerabdrücke, das reicht ja auch schon, wie er selber beobachtet hat, und hat dann die Fingerabdrücke eingesetzt. Und das hat wunderbar funktioniert. Es kam seltener zu Doppelauszahlungen. Und so hat er eine ganze Sammlung von Fingerabdrücken angelegt und hat diese später an jemanden übergeben namens Gorton, zu dem wir aber gleich noch kommen werden. Also das war der erste, okay, der erste, von dem wir wissen, im Westen, der das systematisch gesammelt hat. Klar, klar, natürlich, Stempelkissen, Fingerabdruck und auf die Weise konnte man gucken, ob einer schon mal da war. Ja, klar. Wir kommen jetzt zu jemandem namens Henry Fords, lebhaft 1843 bis 1930. Lebhaft, sehr gut gesagt. Er selber war Missionar in Japan. Und gründete dort ein Krankenhaus. Was macht man so als Missionar in Japan? Man gründet ja nicht am laufenden Meter Krankenhäuser, sondern man hat ja auch Hobbys und Interessen. Und so hat ihn eines Tages mal ein Freund gefragt, Mensch, Henry, möchtest du nicht mitkommen zu archäologischen Ausgrabungen, die ich gerade betreue? Ja, das war ja die Zeit, wo Japan sich wieder geöffnet hatte und so fleißig alles aus dem Westen kopiert hat irgendwie. Und so haben sie also eine Ausgrabung besichtigt und fanden dort sehr, sehr viele Tonscherben mit Fingerabdrücken auch drauf und haben sich die Fingerabdrücke mal angesehen. Also es waren mehrere tausend Fingerabdrücke, die sie jeweils auch unterscheiden konnten. Das heißt, sie konnten herausfinden, dass es wahrscheinlich nur so und so viele verschiedene Personen waren, die dann diese Tonscherben bearbeitet hatten oder angefasst haben. Und das war so ein Erlebnis von ihm. Kurze Zeit später wurde in sein Krankenhaus eingebrochen. Es wurde etwas geklaut und jemand von seinem Personal wurde verdächtigt. Nun ging es zur Sache, man wurde beschuldigt und sollte abtransportiert werden ins Gefängnis. Und da hat er sich daran erinnert, Mensch, diese Tonscheiben, das waren tausende von Fingerabdrücken. Und wir haben, das fand die Fand quasi eindeutig zuortbar, das muss doch auch hier gehen. Und da haben sie geguckt, ob der Dieb Fingerabdrücke hinterließ und dem war auch so. Und haben dann diesen Fingerabdruck mit allen Fingerabdrücken der Anwesenden verglichen und keine Ähnlichkeit gefunden. Weshalb der Verdächtigte dann auch entlassen wurde. Und das hat er dann weiter analysiert, hat dann einen Brief an die Zeitschrift Nature geschrieben. Also Nature ist auch heute noch sehr bekannt für wissenschaftliche Paper. Mittlerweile auch sehr fragwürdig, das Vorgehen der Nature, aber das soll ein anderes Thema sein. Genau. Und er machte den Vorschlag, man könnte doch Fingerabdrücke nutzen bei Tatort-Untersuchungen und um dort auch Verdächtige zu entlasten oder zu belasten. Tja, ungefähr zur gleichen Zeit ließ dann Sir William James Herschel, also den Petit in Indien, der ließ auch diesen Zeitungsartikel in der Nature. Und hat sich jetzt empört, wie kann das sein, dass, also er selber, hat er selber schon seit 1860, also gut 20 Jahren zuvor. Das damalige Erfinderproblem, so Edison versus Westinghouse und so, verstehe, ja, ja. Genau, also diese Zeitschrift Nature, der Artikel erschien 1880 und Herschel hat ja 1860 schon Pensionen damit eingesetzt. Und hat gesagt, das ist ja eigentlich mein Verdienst, das stimmt gar nicht, dass er der Erste ist, der diese Entdeckung gemacht hat, ich bin der Richtige. Ja, das ist halt das Problem, die haben sich jetzt gestritten, es gab noch ein anderes, denn es ist ja schön, dass man Fingerabdrücke vergleichen kann mit den Abdrücken der Anwesenden, aber es gab keine Struktur. Also wir haben wieder dieses Katalogisierungsproblem. Es muss eine schnelle Analyse möglich sein, es muss schnelle Suchmethoden geben, also jetzt muss jemand mit Datenbankwissen kommen. Und da trifft es sich gut, dass dieser Henry Falls ein Freund von Charles Darwin war. Jetzt fragst du dich ja, ja und, was hat der Charles Darwin damit zu tun? Naja, der war damals auch so ein Universalgelehrter und war vor allem auch berühmt und hatte auch Geld, ne? Ja, und er hatte noch etwas weiteres, und zwar ein Cousin. Dieser Cousin ist Sir Francis Galton. Ja, da habe ich schon mal was von gehört. Und der war sozusagen, also er hat dann letztendlich dieses System mitentwickelt. Lass uns ruhig ein paar Sätze über Gorlton sprechen. Also er lebte 1822 bis 1911, also die Schnappzahlen. Ja, coole Zeit, ist auch alt geworden, hat es auch mal hingekriegt. Und er war so eine Art Wunderkind. Also man sagt, dass er mit zwölf Monaten konnte ja schon alle Großbuchstaben, mit 18 Monaten dann alle Buchstaben. Mit zweieinhalb Jahren konnte er angeblich selber schon Bücher lesen. Okay, das bezweifle ich ja, aber okay. Das sagt man sich. Und mit vier Jahren schon viele Latein- und Französischvokabeln, er konnte angeblich schon multiplizieren und dividieren. Dass man mit vier Jahren das multiplizieren und dividieren kann, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ja, also ich weiß, also ich habe ja auch aus schierer Langeweile und weil ich dringend das mit den Zahlen, den Buchstaben verstehen wollte, aus biografischen Gründen, habe ich das auch so, ja, was heißt mir selbst beigebracht, habe meine Großeltern gelöchert und sonst wie. Darum kann ich auch noch in Süderlin schreiben. Also ich weiß, ich musste mit fünf Jahren oder so mal zu so einem Schultest. Also man hat damals alle Kinder getestet, ob sie denn schon sozusagen schulreif waren, wie das hieß. Und ich weiß, diese Oberlehrer, die das durchführten, die waren total geplättet, dass ich schon lesen und schreiben und kleines Einmaleins konnte, weil mein Opa mir das beigebracht hatte. Oder auch ein paar Französischvokabeln genau. Aus schierer purer entsetzlicher Langeweile. Aber da war man kein Wunderkind, das passierte damals häufiger mal. Aber ich kann es jedenfalls beweisen, dass ich das mit fünf konnte. Aber heute sagt die Neurowissenschaft und so, dass man bis zu seinem dritten Lebensjahr gar nicht die biologischen Voraussetzungen hat, sowas irgendwie zu memorieren. Also da kann was nicht stimmen. Keine Ahnung. Aber es soll ja, man sagt ja auch von Mozart, dass er mit vier Jahren Klavier spielen konnte oder so. Also das ist vielleicht denkbar, wenn man ein Kind so in so Situationen bringt, wo es sozusagen Langeweile und Möglichkeiten hat, irgendwas auszuprobieren. Kann ich mir vorstellen. Naja, also der war so ein Wunderkind. Okay. Und denn? Ich will noch eine lustige Anekdote erzählen. Also er hat mit 16 Jahren ein Medizinstudium begonnen. Er wurde dazu quasi von seinen Eltern gezwungen. Eigentlich wollte er lieber Naturwissenschaft wohl studieren. Aber jedenfalls hat er sich gesagt, naja, also wenn ich jetzt schon Medizin studiere, dann aber auch bitte richtig. Und zwar, es reicht mir nicht, dass ich von Mitteln der Medizin, also Medikamenten lese. Ich muss sie auch durch Selbstversuche ausprobieren. Und dabei gehe ich jetzt alphabetisch durch. Oh verdammt. Ja geil. Harter Nerd, würde ich sagen. Also er hat bei C aufgegeben, bei Crotonöl. Achso, ich dachte bei Kokain. Da dachte er, er hätte es gefunden. Also Crotonöl gilt heute als stark, stark krebserregend, wahrscheinlich krebserregend. Er hat dann bei C aufgehört. Geile Nerd-Story. Er wollte es nicht studieren. Er hat noch den Bachelor of Arts gemacht. Er hat dann relativ schnell sein Studium aber niedergelegt. war dann in zahlreichen Ländern, Afrika und Asien, auf Reisen und hat dort übrigens auch eine Theorie entwickelt. Also sein Cousin war ja Charles Darwin und er musste sich auch eine Theorie über menschliche Rassen dann. Ja gut, das war damals Mode. Also da bin ich ja wieder so schon gelernter, aber konservativer, wie soll ich sagen, Anhänger historischer Methoden. Also das ist natürlich leicht heute im Nachhinein zu sagen, das war ja alles Unfug. Ja klar, ich habe auch noch von Opa Elektrobücher von 1920, wo jede Menge Unfug drin steht. Man hat halt geguckt, wie kann denn das sein und so und hat genau, man hat die Menschen vermessen und eingeteilt in Rassen und ihnen Fähigkeiten zugeschrieben. Das war ja nun normal und ja, dass da natürlich auch Leute ganz hart abgebogen sind und aus der Rassenlehre so unzulässige Schlüsse gezogen. Naja, das war bei der damaligen Wissenschaft, da hat man so die Erkenntnisse der Kaninchenzucht auf den Menschen angewendet. Ja genau, also er hat zahlreiche solcher Theorien, Studien entworfen. Übrigens, er hat auch 1875 die erste Wetterkarte in der Times veröffentlicht. Die war allerdings vom Vortag. Naja, damals war das mit dem Wetter noch so ein bisschen ja, aber ja, man hat ja 1875, da hatte man ja schon 100 Jahre Wetteraufzeichnung und man wusste Barometer, Schifffahrt und so, das mit den Hochs und Tiefs, das war ja für die britische Seefahrt sehr wichtig. Also man hatte schon sehr viel Wissen darüber. Aber das ist ja die erste, also Wetterkarte, wo er Luftdruck eingetragen hat oder wie? Nee, außer Temperaturen, denke ich. Ich habe mir sie jetzt nicht angesehen. Ich glaube, es ging auch um Temperaturen. Und das ist natürlich auch schon eine starke Leistung, überhaupt diese ganzen Daten heranzuholen. Ja, das ist die damalige Technik. Man hatte schon, 1875 hatte man schon ein quasi weltweites, soweit sie bekannt war, Telegrafennetz. Und die Meteor Lügner haben damals schon aus aller Welt telegrafisch Wetterdaten gesammelt und irgendwie kombiniert. Ja. Und wer sowas macht, der muss natürlich auch gute Kenntnisse in Statistik haben. Man muss sich mathematisch gut auskennen, er muss wissenschaftlich arbeiten können. Und so wurde er dann später beauftragt, ein Klassifizierungssystem für diese Fingerabdrücke zu entwickeln. Also acht Jahre, nachdem dieser Nature-Artikel herauskam. Und jetzt haben wir hier von drei Personen gesprochen. Diesen James Herschel, das war der mit den Pensionen. Dann Falls, das war der, der im Krankenhaus den Tatort oder besser gesagt der Personal entlastete. Und dann Gordon, das war der, der als erster so mal moderne Naturwissenschaft konnte. Und dann den Gordon, der das System entwickelte. Jetzt haben wir also ein System, wo man relativ schnell Fingerabdrücke auffinden kann und zuordnen kann. Aber jetzt fehlt ja noch der Schritt, wie kommt dieses System in den Polizeiapparat? Und darüber, da sprechen wir jetzt noch über den Letzten im Bunde. Das ist dann Sir Edward Henry. Okay, also Henry als Nachname. Lebhaft 1850 bis 1931. Ich muss mir diesen Spruch merken, lebhaft dann und dann, sehr lustig. Also wir bewegen uns immer weiter vor Richtung 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und dieser Henry, wer war das? Das war, der arbeitete auch mal kurz im Indien, hat sowas mit Steuern machen müssen und hat sich dann auch mit den Gordon, hatte so eine Art Briefaustausch mit den Gordon über Fingerabdrücke. Das war damals die gängige Methode. Damals waren ja Briefe auch auf der ganzen Welt relativ schnell unterwegs. Und nachdem Gordon dieses Klassifizierungssystem entwickelte, wurde der Henry nach London zurückberufen und wurde dann, entschuldige, ich bin gerade verrutscht. Und er wurde noch nicht nach London zurückgerufen, sondern er kam dann zur Polizei in Indien und hat dort dann dieses System eingesetzt, um Verbrechen aufzuklären. Also in Indien. Das war so drei Jahre, nachdem Gordon das System entwickelte. Also es war noch relativ jung und frisch. Hat er sein eigenes oder Gortens System eingeführt? Ja, Gordon hat es entwickelt. Ach so, sie haben korrespondiert. Ja, korrespondiert. Also sie haben dann zusammen das noch weiterentwickelt. Und jetzt hat er das also im Polis of Bengal, hat er das eingesetzt, der Henry. Er hatte auch sehr viel, sehr guten Erfolg dort, kam dann später zurück nach London und das war so um die Jahrhundertwende herum, um 1900 rum. Ah, so Scotland Yard und so, als man das so einführte. Ja, okay. Scotland Yard ja, glaube ich, benannt nach der Hausanschrift von dem ersten Gebäude oder so. Ja, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe es auch mal gelesen. Ich glaube, das ist die Straße, Scotland Yard. Naja, egal. Ja, und jedenfalls wurde er dort, hatte er dort eine hohe Position bei Scotland Yard und hat dann dort auch das System eingeführt, sodass das System dann auch in der britischen Polizei ankam. Mhm, okay. Dieser Henry ist übrigens auch so ein Nerd gewesen und Vorreiter von Technik. Also der hat zum Beispiel 1902 hat er sich eine Telegrafenverbindung verlegen lassen von der Polizeistation, wo er arbeitet, in seiner Wohnung. Das hatten wohlhabende Leute in Berlin da auch schon. Das konntest du bei der Post beantragen. Auch Telefon gab es schon. Ja, ja, aber er hatte das von der Polizeistation zu seiner Wohnung. Ach so, ja, dienstlich. Ja, du, das hatten in Berlin viele Leute, nicht nur im Staat. Also es war eine Frage der gesellschaftlichen Stellung und des Geldes. Wenn du irgendwie Fabrikdirektor oder Theaterdirektor warst, dann hatte man sowas. Die Leute hatten auch eigene Telegrafenkennungen, so Drahtwort hieß das. Na, egal, ich schweife auch wieder ab. Ja, das war damals normal, aber natürlich rasend teuer und so. Ja, und er hat dann auch für so eine Verbreitung von so kleinen Polizeiboxen gesorgt. Ah, die berühmte Box, die war aus hier, wie heißt er noch, aus, na, wie heißt der Doktor noch? Dr. Hu. Ja, Dr. Hu, natürlich, die blaue Box. Ja, genau. Also er ist so mit dafür verantwortlich gewesen, dass die so veröffentlicht, also dass die eingesetzt wurde, verbreitet wurde. Ja, und somit breitet sich dann das Verfahren vor. Übrigens, also Indien und England sind nicht, gehören nicht zu den Ersten, die Daktiloskopie richtig eingeführt haben dann. Also die ersten Fälle... In Frankreich, ja, das hatten wir dann ja schon, ne? Ja, Moment, also... Ach nee, in Frankreich nicht, weil da war ja der Bertillon der Meinung, das sei alles Humburg. Entschuldigung, ja. Also um mal so eine zeitliche Einordnung zu schaffen mit den Ländern. Ja, Argentinien gilt als das erste Land, was einen Doppelmord aufgeklärt hat mit Fingerabdrücken, das war 1892. Damals war Argentinien, muss man vielleicht erklären, auch ein Land, was so vom Wohlstand und Lebensstandard her und von der Technisierung relativ weit vorne war, so weltweit. Und dann kommt, ja, Großbritannien 1901 wird genannten Sir Edward Henry. Dann 1903 wird es in Deutschland eingesetzt und relativ spät erst, also elf Jahre später, erst 1914 in Frankreich, aufgrund dieses Diebstahls der Mona Lisa, wird dann die Bertillonage abgelöst durch die Daktiloskopie. Okay, und dann kam erst mal der Erste Weltkrieg und Verwirrung, ja. Ja, genau. Aber damals kam es auch auf, sorry, Parenthese, muss ich einfügen, damals ging es ja auch los, spätestens im Ersten Weltkrieg hörte ja das System auf, man konnte ja bis 1914, wenn man überhaupt Mittel zum Reisen hatte, passfrei in Europa reisen. Ja, liebe Kinder, das ging, man braucht natürlich Kreditbriefe so, so für Geld und Umtauschen und so, aber das war damals sozusagen, also Passpflicht betraf andere Dinge, betraf Handel und sowas. Aber mit dem Ersten Weltkrieg musste man ja plötzlich seine gesamte Bevölkerung erfassen und gegen Spionage und so sich absichern und wissen, wer wer ist und da hatte man so eine Art Personalausweis mit Fingerabdruck und das hat sich noch Jahrzehnte gehalten, dass man also in seinen Personalausweisen so wirklich physisch so die Daumenabdrücke von beiden Händen drin hatte oder so. Ja, und also dieser Henry, der lebte bis 1931 und da können wir jetzt den Sprung machen zu Ernst Gennert, den wir noch ansprechen wollten. Genau, von dem haben wir am Anfang erzählt, also Ernst Gennert, der Begründer der modernen deutschen Kriminalistik und berühmter Berliner Ober-, also sozusagen Kriminalpolizei-Chef und der hat 1925 oder so irgendwie so Spurensicherung, und alles, was man heute von der Kripo kennt, so in Deutschland eingeführt. Genau, also er hat das in Berlin revolutioniert. Selber ist ja gar nicht so unweit von meinem jetzigen Wohnungsort geboren, im Berlin-Plötzensee, Jahrgang 1880, wurde Spaß, also er war wohl ein sehr fülliger Mensch, hat wohl sehr viel Kuchen verschlungen. Okay, naja, er wurde ja auch nicht so alt, warte mal, gestorben 1939, naja gut, geile Zeit, 1880 bis 1940, also mit jeder Menge Geld die beste Zeit, so, wenn ich mal aussuchen könnte. Ja, also er hat auch eine interessante Geschichte mitgenommen, er hat ja drei politische Systeme mitgenommen. Ja, das haben meine Großeltern auch, kenne ich. Ja, und um was zu gänner zu sagen, also woher kommt der eigentlich, ist es jetzt über seine Kindheit und Jugend nicht so viel bekannt, außer dass sein Vater im Strafgefängnis Plötzensee arbeitete? Ja, wo er halt herkam. Also der muss auf jeden Fall am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben mit dem Jahrgang. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Er war auch beim Militär. Sein Vater arbeitete in dem Gefängnis Plötzensee und er ist wohl manchmal auch dort gewesen, der Gennert. Hat sich das angesehen, hat also auch schon relativ früh Kontakt gehabt zu Kriminellen, hat, man sagt, wobei das könnte auch eine Verklärung aus der heutigen Zeit sein, dass er schon damals mitbekommen hat, wie Verbrecher ticken. Da wäre ich vorsichtig mit sowas, das klingt immer so sehr romantisierend. Naja, aber das war ja auch damals so das Bild, so der geschickte, schlaue Kriminalist, der sich dumm stellt und den bösen Verbrecher überführt und der den Verbrecher am Passbild erkennt. Das war ja damals auch so eine Idealisierung. Also auch so in Boulevardpresse und so, so Kriminalfälle, das war ja einfach spannend. Und der Kommissar TM, ich glaube, da ist er so der Prototyp, was später so, keine Ahnung, Schimanski oder so. Genau, er wurde 1926 dann damit beauftragt, die Polizei nochmal neu zu strukturieren und eine Mordinspektion zu gründen. Vorher war so eine Mordaufklärung in Berlin zur damaligen Zeit relativ, ja nicht sehr gut organisiert. Also es hatten Personen, also wenn ein Mord bekannt gegeben wurde, dann wurde erstmal geguckt, ja, wer hat denn Zeit und wer kennt sich damit aus? Ja, genau. Naja, es war Gott sei Dank nicht mehr so sehr häufig und ja, wie soll ich sagen, es war auch damals, also Morde waren dann doch eher so die Ausnahme, selbst in Berlin. Und ja klar, es gab bis dahin keine Spezialisten, soweit ich weiß. Ja, und vor allem die Verbrechensaufklärung war, hatte auch einige Probleme, denn wenn ein Kriminalist an einen Tatort kam, kann es sein, dass dort schon aufgeräumt wurde. Also es kann ja nicht sein. Natürlich, es wurde schon mal gewischt. Ja, es kann ja nicht sein, dass da jemand so pietätlos auf dem Boden liegt, man hat ihn erstmal auf den Hofer gelegt. In seiner Blutlache, ja, ja, ja. Genau, und Gennert hat nun, hat sieben Schritte eingeführt, die sind relativ wichtige Schritte, die es wohl teilweise auch heute noch gibt in der Verbrechensaufklärung. Also Spurensicherung so, ja? Spurensicherung. Tatort-Fotografie wahrscheinlich. Genau, sieben Schritte, nach denen man vorgehen soll. Also auch, wann man Fotos machen soll, wer wann was betritt, wann darf der Arzt hinein, wann werden Fotos gemacht, all so etwas. Hat er einen Plan gemacht, an dem man sich akribisch auch halten musste. Sonst gab es Ärger. Ja, er hatte auch bestimmte Verhörmethoden, die wohl neuartig waren. Man kann sich das so vorstellen, wenn man früher verhört wurde, dann gab es auch gerne mal Schläge. Und Gennert hat es aber geändert und bei ihm sollte es keine, also es waren ja Foltermethoden, kann man sagen, so etwas sollte es unter seiner Führung nicht mehr geben. Er hat so eine Art Verständnisverhörmethode entwickelt, also hat erst mal, ja, vielleicht auch beim Stück Kuchen oder auch bei einer Zigarette, also er war sozusagen der Good Cop. Good Cop, verstehe. Ja, okay. Er hat sich verständnisvoll gegeben und gesagt, ja Mensch, nun erzähl doch mal, du wirst sehen, dann wird es dir besser gehen, wenn du das jetzt erzählst und was ist denn da los gewesen? Also sehr verständnisvoll, sodass man ihm wohl so einiges erzählt hat, was man eigentlich gar nicht erzählen wollte. Er hatte wohl eine gute Fähigkeit, sich in diese Person hineinzudenken. Es kamen zahlreiche Personen auch von außerhalb, die gerne seine Methoden erforschen wollten. Auch von Scotland Yard haben sich sehr viele Methoden abgeguckt. Er hatte wohl ein sehr interessantes Büro. Unter anderem gab es dort einen sehr speziellen Aschenbecher, erzählt man sich. Okay. Das war ein Totenschädel. Ach ja, das war aber, ach, das war ja noch zu meiner Studizeitmode. Jeder Medizinstudent hatte einen Schädel, wo oben ein Aschenbecher eingebaut war. Ja, ja. Und man hatte immer den Totenschädel noch eine Zigarette so reindrapiert. Das war so ein Mediziner-Gag auch irgendwie. Also alle Mediziner haben ja gequalmt, wie die Schlote und ja, ja. Ja. Sogar mein Hausarzt hatte so ein Ding im Regal zu stehen in seinem Sprechzimmer. Also war das dann auch ein richtiger Totenschädel? Damals noch ja. Natürlich gab es dann später auch schlechte Plastikkopien. Aber wer was auf sich hielt, hatte natürlich einen echt, ja, ja. Ja, also er soll wohl, also dieser Totenschädel soll wohl von einem ungeklärten Opfer sein. Na, man hat doch damals, glaube ich, auch die Überreste von Mordopfern so in Formalin gepackt, in Konservierungsmittel und aufbewahrt, so nach dem Motto, ein Beispiel für was weiß ich was, keine Ahnung, Schädel gespalten oder so. Ja, das weiß ich nicht, ob das so war. Es gibt doch so Sammlungen, so polizeihistorische Sammlungen, da kann man das noch sehen. Ja, ja. Da hat man auch von irgendwelchen Mördern hat man auch Körperteile oder so das, ich glaube, man hat auch damals auch so das Gehirn von Mördern irgendwie rausoperiert und konserviert, in der Hoffnung, in der Zukunft könnten mal Leute so das Verbrechergehen klären und solche Vorstellungen hatte man da. Ja, also auch so eine Art Katalog. Im Gegens, auch das, auch Gennert war auch ein guter Datenbankanalyst. Er hat auch eine Kartei angelegt mit zahlreichen Verbrechen. Er hat so Verbindungen auch herstellen können zu anderen Verbrechen. Es kam nicht selten vor, dass er auch mal zu anderen, also außerhalb Berlins gerufen wurde, zur Hilfe. Und als einer der Ersten hat er auch Folgendes gemacht, es gibt einen Fall, also ich habe mir zum Beispiel ein Buch geholt von der Regina Styrico. Und die hat sich auch mit Gennert oder auch mit Morden und Verbrechen in Berlin beschäftigt. Das Buch kann ich auch gerne verlinken. Und dort wird auch von Gennert beschrieben, wie er außerhalb Berlins zu einem Kindermord gerufen wurde. Es wurde ein Kindermordet und man hat nun sich Hilfe von der Bevölkerung erhofft. Und das hat Gennert nochmal anders gemacht als seine Vorgänger. Denn er hat so eine Art Schaufenster eingeführt. Und zwar hat er dort nicht die Leichen, also von dem Schaufenster, von dem ich gerade rede, er hat einfach so Puppen aufgestellt mit der Kinderkleidung und gefragt, ob jemand diese Kinder mit dieser Kleidung zu der Zeit und sowieso gesehen hatte. Und das war dann ein richtiges Spektakel. Man konnte dort hingehen und sich das angucken. Später hat er das auch gemacht mit, wobei ich muss mich korrigieren, ich weiß gerade nicht, ob es später war, aber er hat es auch gemacht mit Toten, die nicht identifiziert werden konnten. Da gab es einen bestimmten Ort in Berlin und dort konnte man sich dann die Toten ansehen. Das wurde auch hier und da mal als Spektakel genutzt. Ja, ja. Er hat wohl auch die Medien für sich entdeckt. Klar, der Typ war eine Medienrampensau. Der hat natürlich auch sich Prominenz verschafft. Das weiß ich noch. Der hat ja mit den damaligen Vorläufern der Bild-Zeitung sozusagen kooperiert und sich als den berühmten, erfolgreichen, den Kommissar-TM so auch selber stilisiert. Ja, genau. Also das hat er gemacht. Er hatte dann, also er war ja das Aushängeschild der Berliner Mordinspektion. Man hört da auch mal von diesem Mordauto, das es gab. Das war ein spezielles Auto, das umgebaut wurde. Verspurensicherung, Spezialfahrzeug. Genau, und es gab auch eine Schreibmaschine an Bord, mit der man sofort dann mitschreiben konnte. Gennert hatte auch Probleme mit seinem Gewicht. Und dieses Auto half ihm auch dabei, besser von A nach B zu kommen. Ja, und so kommen wir auch zum Ende quasi der Folge. Man kann auch zum Abschluss sagen, als dann die Nazis an die Macht kamen, Gennert trat nicht der Partei bei. Der NSWP trat er nicht bei. Wurde demzufolge auch übergangen bei, wenn es um Beförderung ging. Er war unangefochten Autorität und hatte auch Expertise, auf die die Nazis nicht verzichten konnten. Hat ihn aber probiert, so ein bisschen aus dem politischen System herauszunehmen und ihn quasi abzustellen. Ja, und dann ist er im Dienst verstorben. Ja, er hatte wohl, ich glaube er hatte Krebs, wenn ich mich nicht mag. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also er ist da jedenfalls im Dienst verstorben, kurz vorm Zweiten Weltkrieg irgendwie. Ja, er hat dann auch noch kurz vor seinem Tod eine Kollegin geheiratet. Man munkelt, dass er das gemacht hat, damit sie dann noch Pension kriegt. Ja, so war das damals als guter Beamter. Wenn man nur so zusammenlebte, gab es keine Pension. Ja, und damit möchten wir abschließen, würde ich sagen. Denn wir sind jetzt in der Zeit schon lange vor, nach meine ich nach, 1921. Und ich meinte, der V100-Podcast kann gar nicht mehr. Wollte sagen, die Zeitmaschine kann nicht weiter, ne? Ja, 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 ja. Ja, das sind jetzt auch schon... Gefährliche Sache. Ja, also da müssen wir jetzt... 2021. Jetzt, wo seid... Also, ja, ich höre V100 natürlich, aber macht ihr jetzt eine Folge pro Jahr oder wie geht das jetzt weiter? Also www.vorhundertin-ein-wort.de, für die, die das sträflicherweise noch nicht wissen. Ja, V100, genau. Also 100 nicht die Zahl, sondern wirklich das Wort 100. Wir sind, wir machen gerade eine Sommerpause. Wir bringen jetzt im Jahr zehn Folgen raus. Also Luis und du, ihr seid auch Spezialisten in Pausen, muss man mal sagen. Podcast-Pausen. Ja, genau, wir machen, das war eigentlich schon, wir haben ja 2000, ich will manchmal 1914 sagen, wir haben 2014 angefangen und haben immer eine Frühjahrs- und eine Herbststaffel gehabt und dazwischen eine Pause und genauso an der Pause sind wir jetzt. Und die nächste Folge regulär wird dann im 15. August rauskommen, einmal monatlich. Und ja, dieses Jahr ging es stark um Reparationszahlungen, denn 1921 war kurz nach dem Ersten Weltkrieg und es war immer noch nicht geklärt, wie hoch denn eigentlich die Reparationen, die das Deutsche Reich zahlen muss. Und überhaupt die politische Wirren, es war ja sowieso großartig und die Inflation fing an, also ja, das wird bestimmt spannend. Ja, ich habe es ja abonniert im Podcast, also vor 100, demnächst dann also zum Thema politische Wirren nehme ich an. Ja, es wird spannend noch dieses Jahr. Ja, das hoffe ich. Nee, 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 keine Spoiler, auf keinen Fall, ich war damals CM. Okay, ja, das war sozusagen Kriminalistik, so im Prinzip als Begleiterscheinung der modernen Zeiten und der modernen Technik und dem Abschied von dem Resten des Mittelalters, die wir so in Polizei und Strahlvollzug, ja, so vor, ich sag mal, 170 Jahren noch hatten. Und erst so vor 100 Jahren wurden das so ernsthaft richtig abgeschafft, unter anderem durch Leute wie Ernst Gennert. Tja, den kann man googeln, der ist auch verpodcastet, verfilmt und für sonst was, also da kann man sich tatsächlich mal orientieren, wie das damals eben so war, wenn man Verbrecher fangen wollte. Genau, also es ging jetzt, du hast ja normalerweise in deinem Podcast immer sehr technische Folgen. Ja, naja, also Fingerabdrücken und so ist ja auch Technik, es kommt, man sieht hier schon, wie viel Technik das erst möglich macht. Also ohne Telegraf, Telefon, Fotografie geht das alles nicht. Und die nächste richtige Innovation ist dann tatsächlich der Computer-TM, so in den 50ern. Ja, Konrad Zuse kann man auch gerne. Zuse, ja, es gab ja auch schon moderne Sachen, also ich kann mich erinnern, es gab ja historisch Drölf-Versuche, das Bildtelefon zu promoten und einer der ersten war 1936, da war nicht nur Olympiades, sondern da hat man also mit röhren Technik eine Bildtelefonleitung von Berlin nach München gebaut und da gab es auch einen Werbefilm dafür, um das zu popularisieren. Der wurde in Kinos in der Wochenschau gezeigt, Fernsehen gab es ja noch kaum und da wurde ein Kriminalfall mit Hilfe des Bildtelefons gelöst, irgendein Autounfall mit Fahrerflucht oder so. Und das war dann also die moderne Technik, die Menschen, du weißt. Ja, das ist interessant, wie man denkt immer, ja, Technik, das begann eigentlich erst so Ende, Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn man von moderner Technik redet, aber wie viele Erfindungen es vorher schon gab, ist Wahnsinn. Ja, also wie ich sage immer so, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das war schon vor 100 Jahren falsch. Man hat mit riesigem Aufwand alles abgebildet, was wir jetzt mit modernen Medien und Computern auch machen, halt nur mit einem gigantischen Aufriss und manches hat super gut funktioniert. Ich habe gerade eine Folge gemacht über die Post und die funktionierte sozusagen besser als heute, nur mit Telegraph und Dampflok so. Und man hat halt damals mit Karteikarten versucht, den Computer vorwegzunehmen und Lochkarten gab es schon, die gab es schon in 1890ern. Also so rudimentäre Formen der Kartei- und Datenbankverarbeitung hatte man schon. Ja. Ja, Mensch, danke, geiles Thema. Dann verabschieden wir uns mal von den Hörern und bedanken uns. Also mal wieder ein Podcast mit Steffen, mal sehen, wann wieder einer mit Luis kommt. Der letzte ist auch schon anderthalb Jahre her, aber wir hatten ja auch Corona und haben es hoffentlich bald nicht mehr. Das ist doch die Ausrede, die ihr immer zählt, wegen Corona. Das wird noch in 100 Jahren zählen, ja, ja, ich fürchte auch Seuchen und so. Ich habe ja auch Folgen über die Seuchen gemacht. Damals-tm-podcast.de, da wir ja hier eine Crossover-Folge machen. Gut, dann grüß mal Luis, schön und überhaupt so. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Das war damals TM mit Steffen oder Juwo über Kriminalistik. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war es auch schon wieder mit V100. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Kommentare könnt ihr gerne auf unserer Seite v100.de hinterlassen. Ihr erreicht uns auch per Mail info at v100.de und könnt uns auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter der 030 814 55 339. Auf unserer Seite v100.de findet ihr auch andere Informationen, wie ihr uns unterstützen, helfen oder erreichen könnt.